ARD Text im Auftrag von Funk 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 Das war's für heute. Okay. Ziemlich gleich, da. Aber für das, dass meiner so viel niedriger ist, nicht schlecht, Leute, ne? Das kann man mal sagen. Nicht schlecht. Nicht schlecht, dass meiner das gewinnt, hätte ich nicht gedacht. Der ist nämlich niedriger, und zwar deutlich. Ja, deutlich ein wenig, sagen wir mal. Ich glaube, der war aber 21 sogar, bin mir nicht sicher. Jedenfalls ist er schön aufgestiegen. Oh, falsche Richtung. Falsche Richtung. Aber ich muss die Armee ein bisschen aufpäppeln hier, weil sonst kommen wir leider nicht vorwärts. Was bist du? Du bist ein 27, alles klar. Oh. Oh. So. Gib mal dem den. Wie hässlich bist du denn? Das sagst du? Immer um uns gegen die hässlichen Kämpfen. Das ist Schirr ohne Ende. Du? Du liegst blitzschnell am Boden. Ich weide dich aus. Ich glaube, der andere wird unseren Arsch aufreißen, weil der hat diese Mistviecher. Ja. Ich schneide dich ins Stücke. Ich glaube, das wird eindeutig der andere gewinnen. Wenn wir mal einziehen, der ist nicht so blöd. Eindeutig der andere gewonnen, da hat der unsere keine Chance. Aber das ist okay. Den werden wir nicht straffen, sage ich mal. Bei der ist nämlich echt nicht schlecht. Nimm mal das Viech da. Wenn ich es einmal kriege. Wir abschauen, du bist das neue Kau-Spielzeug. Oh, das sind die vom Gegner. Mistviecher weg, da. Lass den Karagor. Es bleibt genug für dich übrig, wenn ich damit fertig bin. So, dann ziehen wir ein. Wenn er nicht will, wie gesagt, wird er gleich sterben. Ansonsten rekrutieren. So, dann gibt es auch ein bisschen EP dafür. So, was bist du für ein 27er? Alles klar. So, dann lassen wir den da antreten. Hältst dich für stark. Ich bin stärker. Na los, ich warte auf dich. Ich bin stärker. Ich habe dir das noch keinen Explosion. Hier, halt fest. WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR Der hat gekriegt. So, Leute, dann. Wie gesagt, sorry, dass wir hier eine Folge leveln müssen, aber das ist leider vom Game aus so. So, sonst kommt man nicht vorwärts nachher. So, dann werden wir natürlich in die Bowls hier. So, wir werden unseren... Oh, da ist nur einer 700. Ah, nein, 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 nein. Ah, gern. Passt schon. Das ist der. Haut schon hin. Das passt schon. Ja, ja, ja. Das ist ja mal. Unser wird den einen reinhauen. Oder musst du auch treffen, Junge, mit deinem Bogen. Sonst gibt es oft die Hütze. Ich glaube, der hat eine andere leichte Vorteile. Oh, haut den aber auch schön da hin rein. Das hat er auch gekriegt. Kriegt aber trotzdem in die Fresse der andere. Das hat sogar ziemlich in die Fresse der andere. Nichts schlecht, unser Mann. Wirklich. Das hat er dann da abgeschossen. Der pumst in der Hütte. So. Oh, du bist hässlich. Ja, in 27er wieder. Bei dem werden wir locker und sag ich Flocki schaffe. Schau mal. Haben wir noch ein 26er, dann Level 2. Du bist nicht mehr lange am Leben. Seht und lernt, ihr Trottel. Seht und lernt. Ich könnte dich durchbrechen. Wie ist das? Das teilt gut aus, unser Mann. Gibt's richtig aufs Maul. Der ist gut, der Mann. Keine Chance da, André. Bäm ist gegangen. Schön gelevelt auch. Jawohl. So macht man das. Oh. Der scheint giftig aus. Der ist auch 27. So. Ja, jetzt haben wir die halbwegs gelevelt. Werden wir den nur leveln? Die Menge schreit für dich. Ich lasse dich für sie schreien. Du wachst den Kampf. So sei es. Du bist tot. Der macht auch mit Feuer rum. Ein bisschen schwierig für unseren. Aber schauen wir mal. Reicht gut aus, zumindest. Kriegt ziemlich auf den Lux hier, unser. Ach, du Kacke. Aber der Gegner kriegt ziemlich. Trotzdem. Hört schon ein bisschen was aus, unser. Das passt schon. Er schafft es schon. Aber der Gegner kann auch austeilen. Aber wir schaffen das. Unser Mann macht das souverän. Und Henni ist er. So, schauen wir mal, ob wir nur einen brauchen. Was hast du für ein Level, mein Freund? Mein Freund bist du eigentlich nicht. Aber okay, bobst du schon. So. Ich glaube, jetzt habe ich so halbwegs gelevelt. Das sind ein paar fremde Hauptmänner. Haben wir es so halbwegs gelevelt hier, unsere Army. Lassen wir den nochmal rein. Und dann haben wir es einmal, was Leveln betrifft. Weißt du dich schon genauso wie ich? Bist du dann mein nächstes Opfer? Schön. Ich bin der Beste. Hät keine Chance, der Gegner hier. Bäm. Guter Mann, guter Mann. So. Machen wir einmal diesen Auftrag da oben. Das wird jedes gleiche sein. Oder wie. Naja, ne Ahnung. Oder Unterschiede sind dann. Hammer's. Was haben wir für den Gegner? Einen 37er. Das werden wir nicht schaffen. Das wird schwierig. Ich werde unseren besten Mann da rein. Ein 37er werden wir nicht schaffen, Leute. Was ist das? Dann werden wir nicht schaffen. Also ein bisschen hardcore. Schauen wir mal, was hier noch ist. Wie ein Level. Da haben wir nur 27er wieder. Okay, egal. Unsere Armee ist gut gelevelt. Das ist überhaupt kein Problem. Und ich würde sagen, wir könnten diesen Auftrag hier langsam machen. Ansonsten, was haben wir hier? Und eine Eroberung. Was haben wir hier? Was ist das da? Eine Jagd. Okay. Das da? Würde ich nur gerne machen. Aber ich glaube. Ich glaube, da fehlt ja nur eins. Da fehlt noch eins. Wo ist denn das? Hinter mir. Mal da rauf. Das war ganz rauf. Juhu. Diese Feste birgt viele Magiekundige. Gut, dass du mich begleitest. Amas. Toll. So, und jetzt müssen wir hier eigentlich was kriegen. Weil wir da alle haben. Muss ich mal auf die Karte schauen. Irgendwo müsste das jetzt sein. Wo? Das ist neu. Okay. Ähm. Ich habe keine Ahnung, wo das ist. Aber das müssten wir eigentlich kriegen. Gänze. Festung. Hm. Schwierig. Das ist in irgendeiner Hülle, glaube ich. Da müssen wir von da rein. Da kommt man nur von da rein anscheinend. Ich kriege ja auch keine EP, wenn ich das mache. Das ist ein bisschen kacke. Okay. 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 Dann kommt man weg. Das ist der feindliche Hauptmann. Dann machen wir wieder irgendeinen Hauptauftrag. Das ist der feindliche Hülle, glaube ich. Ich bin pustig, man. Dann parks anymore, baử Ja. So, da oben ist unser Auftrag. Oh, shit. Wasser aus dieser Tower. Richtig cool. So, dass der mir nicht am Nerv geht. Das nehmen wir mal ein. Beziehungsweise, das starten wir ein, wenn es eigentlich schon. Eine Ghoul-Jagd macht er. Eißen wir nun Ghoul-Blut. Wie das der Matrone wohl schmeckt. Dreh-Kopf-Dreh-Vertötungen. Okay. Hammer. Das gibt's aufs Maul für ihn. Er ist vom Tod zurückzukehren. Ich fiel ihm auf dem Schlachtfeld an. Schack die Made. Bis mich kriechende, windende Wärme überkam. Aber tausend zuckende Maden krochen über mich und in mich hinein. Du bist hässlich, Junge. Geräusche. Wann wir über altri? Da naствä cream. ci mãos. Was immer die Wirk先生? albo Hemmer? Sorgen. Die Krieg 좋아. Ja. Wirk sein. Wirkern. Musier du schwer. Lass dich aus. Und dein Cena. Lew yes. Das war Què? Ja. Wo man he Could. Das war's Bürg. Wirkern. Das Viech ist gescheit gefährlich. So da, wir haben diese Made. Und auch den Boni geschafft. Sehr schön. So, jetzt muss man den platt machen. Ja, Mann. War hart, der Typ. War nicht easy. Ich bin geehrt, geehrt. So, lassen wir den einen Abzug machen. Dann kann er leveln oder schiebt dabei. Wo kommst du her? Oh, der ist ziemlich krass drauf, der Typ. So ein fettes Mistviech halt, ne? So, was haben wir denn da? Da machen wir gleich diesen Abzug. Das ist da rechts. Wenn ich schon da bin. Das macht unsere Made. Also der mit den Maden. Ich habe mal gehört, wenn man Drachenblut trinkt, bekommt man Superkräfte. Ich trank mal direkt nach einem Kampf aus einer Pfütze Drachenblut. Und hatte danach nur Schrag in der Hose. Nun tötet sie mir bloß nicht so schnell. Das verdirbt den Spaß. So. Das mag er nicht recht. Das ist kein Problem. Boom. Ah, Mann. Du fließt nicht mehr. Meine Kampfkraft gehört dir. Bereit. Das ist mein, oder? So. So. Das hätten wir. Schauen wir mal auf die Karte. Was so ansteht. Wenn ich keine EP kriege, dann bin ich nicht recht gewillt, das zu machen. Ganz ehrlich. Eine EP braucht man schon. Ja, wir haben diese Festung. Das hat funktioniert. Wir haben hier auch einen Auftrag. Und der wird ziemlich hart. Ich werde da mal speichern, Leute. Und wir sehen uns im nächsten Part. Haut rein. Bis bald. Wir machen wieder mal einen Cut. Wenn es euch gefallen hat, abonniert mich, liked mich, schreibt einen Kommentar. Ich würde mich wirklich drüber freuen. Bis zum nächsten Mal. Euer Zocker Andi von Gameplay Deluxe. Tschüss. Bis bald. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020